Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Ja, hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wenn du den Titel der Folge gelesen hast, dann denkst du vielleicht auch, auf was für eine Idee ist er denn jetzt schon wieder gekommen, Camping-Teile und Gadgets mit einem 3D-Drucker selber herstellen. Was hat das zum Henker nochmal mit Camping zu tun? Genau darum geht es ein bisschen einsteigermäßig rund um diese Podcast-Folge. Der Grund, warum ich eine Podcast-Folge dazu mache, ist einfach, ich selber habe schon lange damit geliebäugelt, mir mal so einen 3D-Drucker zuzutun, habe das dann aber vor ein paar Jahren schon wieder verworfen, weil da war das noch zu kompliziert, habe es dann auch nicht mehr verfolgt und jetzt kam das Thema einfach wieder auf. Und schon damals war es so, dass mir das immer so ein bisschen missfallen hat, weil so manches Camping-Zubehör ist unheimlich schwer zu bekommen gewesen oder man hat noch Versandkosten bezahlt oder wenn es halt ein kleines Gadget wäre, dann mit Versandkosten war es auch gleich so teuer. Oder das Beste war mal von unserer Markise, damals ist ein Teil abgebrochen und das Ersatzteil hat, glaube ich, 20 Euro gekostet für so ein kleines Plastik-Dingens mit Versand dann noch, dafür 20 Euro zu zahlen. Das war halt schon mühsam sozusagen, einfach für so ein Vierlefantsteilchen da so viel Geld zu verlangen. Und da sind halt so 3D-Drucker eine richtig coole Sache und wie ich jetzt festgestellt habe, ist der Einstieg dahin mittlerweile auch sehr, sehr günstig und wirklich sehr, sehr gut machbar. Das Ganze ist jetzt halt so ein bisschen mehr für die Leute, die jetzt basteln oder ein bisschen so sich auch technisch da austoben wollen oder sonst so irgendwas. Wobei da die Sachen mittlerweile ist das, ich habe den geliefert bekommen, ausgepackt, zusammengebaut. Es hat halt eine Weile gedauert und dann hat der schon recht gut funktioniert. Wir müssen halt ein paar Sachen beachten und sich ins Thema halt wie bei allem Neuen ein bisschen einfinden. Aber das Coole ist halt, mit so einem 3D-Drucker kann man sich jetzt alles Mögliche, also für zu Hause sowieso, aber halt auch so eben Sachen fürs Camping vom Ersatzteil bis hin zu individuellen Sachen, die für den eigenen Camping, Campervan, Wohnwagen, Wohnmobil zugeschnitten sind, kann man das ja ganz individuell für sich selber in 3D ausdrucken und hat dann Sachen, die man für sich selber wunderbar verwenden kann und vor allem, wo halt wirklich für einen selber auch richtig passen und nicht so irgendwie, naja, es passt irgendwie so rein, aber irgendwie passt es auch nicht so ganz. Wenn es anders wäre, wäre es noch besser. Und wie ich schon gesagt habe, der Hammer ist einfach, wie günstig der Einstieg mittlerweile ist. Ich habe mir jetzt den 3D-Drucker, ich habe mir jetzt so ein Einsteigermodell von Creately, den Ender 3 V2 gekauft. Den gab es ja gerade im Angebot beim deutschen Händler hier, also nicht mal hier aus Ebay China irgendwoher verschifft, sondern wirklich von hier mit einem deutschen Händler. 210 Euro hat nur der Drucker gekostet, da habe ich noch ein paar Zusatzfeatures gekauft, Anbauteile, dann hier den Kunststoff zum Drucken braucht man natürlich noch ein bisschen. Am Ende war ich bei ungefähr 350 Euro, aber die Sonderausstattung, sage ich mal, die kann man auch weglassen, manche Sachen und dann ist man da mit 250 Euro bis 300 Euro, kann man schon anfangen, sich Sachen in 3D zu drucken und das ist ja wirklich, man braucht auch gar nicht viel Material, das ist echt der Hammer, wie günstig das eigentlich ist. Klar, Strom braucht das Ding halt noch ein bisschen, aber im Verhältnis zu einem 20 Euro Gadget mit Versandkosten oder sonst sowas, da kann man sich das auch gerne mal selber einfach in 3D drucken. Bei so einem Einsteigermodell, wie ich das jetzt habe, ist es natürlich so, da muss man ein bisschen mehr dran rumschrauben am Anfang, weil das ist natürlich Einsteigerklasse, 200, 300 Euro, kann man nicht vergleichen mit einem 3D-Drucker für 1000, 2000 Euro oder sonst so irgendwas. Von dem her ist natürlich, wenn man günstiger kauft, da muss man halt ein bisschen mehr an den einzelnen Schräubchen rumdrehen oder so, aber im Großen und Ganzen war das auch kein Hexenwerk, YouTube-Videos, Anleitungen, Facebook-Gruppen, alles. Überall findet man Hilfen, wie man da schnell ans Ziel kommt und ich habe jetzt mittlerweile schon ein paar Sachen gedruckt und das Schlimme ist, es wird immer mehr. Also es fallen einem dann ständig neue Sachen ein, was man noch so alles drucken könnte und man muss auch nicht alles neu erfinden und sich da irgendwie selber zusammenbauen, weil das Netz ist voll mit Vorlagen. Es gibt Webseiten, wo man sich wie gratis Bilder, kann man sich gratis 3D-Vorlagen runterladen von anderen Menschen, die halt das in 3D schon mal erstellt haben und gedruckt haben, kann man sich Vorlagen für alles Mögliche einfach runterladen und für sich, für seinen eigenen Druck halt verwenden. Also man muss da nicht jedes Mal neu anfangen, in einer 3D-Software das erst mal zusammenzubauen. Das geht natürlich auch, wenn man da sich ein bisschen reinfuchst. Ich habe auch schon das erste ein oder andere in einer 3D-Software jetzt zusammengebastelt und bin das jetzt am Drucken. Da muss es sich ein bisschen reinfuchsen in so eine Software, aber es geht am Ende letztendlich auch. YouTube hilft da so wirklich. Aber eben zurück zu den Vorlagen. Also es gibt schier alles für die Küche, Kederleisten, Kederhaken, dann für die Schränke Tellerstapeleien, dass sie dann nicht rumfliegen. Ein Wäschetrockner hier fürs, also Wäschetrockner, Geschirrtrockner, so ein klappbares, wo es sehr platzsparend ist. Es gibt so viele Vorlagen im Campingbereich, alleine im Campingbereich, das ist echt der Hammer, wie viel man da sich an coolen Sachen einfach fürs Campen einfach bauen kann. Und ich finde es mittlerweile schon schade, dass ich nicht früher darauf gekommen bin, das zu probieren. Was ist denn zum Beispiel möglich, mit so einem 3D-Drucker zum Beispiel einfach mal zu drucken, wenn du dich da jetzt vielleicht gar nicht auskennst oder ihr euch nicht auskennt. Ich bin fachtechnisch völlig der falsche Ansprechpartner. Ich habe da ja selber erst angefangen. Also mit fachtechnischen Infos kann ich hier nicht punkten, was für Kunststoffe es gibt und wie und was und hin und her, da muss sich jeder selber einlesen. Aber einfach mal so ein paar Sachen, was man sich selber drucken kann, weil meine allererste Idee war für unseren Cuttergrill, weil da hat mich schon immer genervt, dass man die Grillzange, der hat ja unten noch diese Kunststoffablage da, aber es gibt kein Haken dafür, kein nichts, wo man irgendwie gescheit eine Grillzange hinhängen kann. Ich hatte mir da mal so einen Haken irgendwie von einer Wäscheleine irgendwas da mal hingebastelt aus Metall. Aber es war alles irgendwie nicht das Richtige. Und mit dem 3D-Drucker werde ich jetzt hingehen und werde mir da irgendwas passendes für die Grillzange, so eine Ablage, dass ich die ans Bein irgendwie ranklippen kann, dass das so ein Ablagebecher oder auch ein Haken halt ist irgendwie, aber irgendwas, was halt solide ist, was wirklich passgenau ist für den Cuttergrill. Und das kann ich mir jetzt halt mit so einem 3D-Drucker wunderbar selber zusammendrucken sozusagen. Oder wie schon gesagt, so Keterhaken, die hatten wir bei unserem Tapat-Wohnwagen. Der hatte ja eine Markise und haben uns ein Markisen-Vorzell gekauft. Und ich glaube, wo ich das gekauft hatte, war auch bei Oberlink war das, glaube ich, so Keterhaken oder Keterösen war das. Das war bei mir dazu gedacht, die halt immer so zum Abspannen, dass die Markise einem nicht wegfliegt. Aber diese Keterhaken, die haben wir dann immer für alles Mögliche verwendet, haben dann noch Haken eben reingemacht in diese Ösen. Haben da Handtücher oder sonst was dran aufgehängt. Und solche Keterleisten-Zubehör kann man sich jetzt auch prima einfach in einem 3D-Drucker so drucken, wie man selber wirklich genau braucht. Und muss das nicht irgendwie aus verschiedenen Sachen zusammenbasteln. Und das ist natürlich eine super Sache. Noch geiler wird es einfach mit fluoreszierenden Kunststoffen. Also nachtleuchtende, die laden sich ja über den Tag über Sonnenlicht einfach auf. Wenn man das Licht ausmacht, kennt ihr vielleicht hier die Sterne, die man als kleines Kind selber immer so hatte. Beim Camping gibt es ja auch so leuchtende Zelltschnüre, leuchtende Erdspieße hier, Heringe etc. pp. Und es gibt auch Kunststoffe zu kaufen, die man für einen 3D-Drucker verwenden kann. Und dann hat man sich selber so irgendwas inleuchtend quasi nachgedruckt. Also vom Hering bis zum Keterleisten irgendwas halt. Oder halt für die Zelltschnüre, dass man da irgendwas einsparen kann, damit man nachts nicht über eine Vorzelltschnur drüber stolpert oder sonst so irgendwas. Kann man sich alle solche Sachen einfach im 3D-Drucker selber einfach ausdrucken. Entweder man nimmt eine Vorlage, die es wirklich zuhauf schon im Internet gibt. Oder wenn man sich halt in eine 3D-Software wie Fusion 360, das kann man sogar als Privatanwender gratis verwenden, ist von Autodesk, ist das glaube ich so eine der größten und bekanntesten CAD-Software-Firmen, die es so gibt, die auch in der ganzen Automobilbranche und sonst wo irgendwo, glaube ich, verwendet wird. Also die sind da, also mir selber sind die so, kommen die so als Platz hier, der 3D-Software in diesem Bereich vor. Aber es gibt natürlich viele andere 3D-Software. Aber da muss man sich halt ein bisschen reinfuchsen, wie man damit sich selber so Modelle erstellen kann. Und dann kann man natürlich eben auch seine ganz individuellen Sachen und passgenau für sich selber, wie man es haben will, in welcher Farbe es man haben will, kann man sich dann da selber drucken. Also ich bin jetzt wirklich froh, dass ich mir so einen 3D-Drucker zugelegt habe und ich bin mir sicher, ich werde das ein oder andere Camping-Tool, werde ich mir jetzt da in Zukunft einfach selber drucken. Mitnehmen werde ich ihn nicht, dann wird er zu Hause bleiben, der Drucker. Aber die ein oder andere Idee, was man sich da so selber drucken kann und zusammenbasteln kann für den eigenen Wohnwagen, die habe ich schon. Und eben das Tolle ist halt, es gibt auch noch unterschiedliche Kunststoffe mit allen möglichen Farben, die es gibt. Man muss ein bisschen drauf achten bei den Kunststoffen. Dieser Einsteiger-Kunststoff sozusagen, dieses PLA heißt der, den soll man wohl nicht nehmen, weil der nicht so temperaturstabil ist. Und im Wohnwagen oder Wohnmobil, wenn das verriegelt und verrammelt ist in einem Hochsommer, kann es ja schon mal sehr, sehr warm werden. Und dieses PLA ist auch nicht so UV-beständig. Da muss man halt andere Kunststoffe nehmen. Da muss man sich ja ein bisschen reinlesen. Ich selber kenne mich da jetzt auch noch nicht so super tief aus. Aber man lernt da sehr, sehr schnell, eben weil es halt unheimlich viele Infos gibt. Und ich freue mich jetzt drauf, hier schön, fröhlich, irgendwelche coolen Camping-Gadgets und kleine Teilchen, die wir so für den Wohnwagen gebrauchen können, dass ich mir die jetzt einfach selber drucken kann und nicht immer erst stundenlang irgendwelche Internetseiten durchforsten muss, wo könnte es irgendwas geben, was ich brauchen und verwenden kann. Also, überlegt es euch mal, einen 3D-Drucker zuzulegen, ist eine wirklich coole und spannende Sache. Und eben, man kann halt super viele Sachen jetzt einfach in Zukunft, sei es für den Camper, sei es für zu Hause, einfach selber drucken. Und vielleicht ist ja der ein oder andere 3D-Drucker hier unter den Zuhörern. Für den ist das sowieso ein alter Hut. Aber eben, ich bin begeistert von dem Teil. Und mit 300, 350 Euro ist das ja wirklich nicht mehr so eine hohe Summe, wo man da investieren muss. Und dann hat man so ein cooles Gerät zu Hause stehen, wo man alles mögliche mit anstellen kann. Also, das war es für diese Woche, für diese Folge. Wir hören uns wieder in der nächsten. Bis dahin. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020